Willkommen zu Let's Play Aladin! Nach dem Kinoerfolg im Jahre 1992 erschien 93 das Spiel für Sega Mega Drive und wir können Äpfel schmeißen. Also, liebe Kinder, mit Nahrungsmitteln spielt man nicht und bewirft man schon gar nicht Gegner. Aber in der Tat, verdammt, was haben die gegen ihre Töpfe hier? Voll die Ehekrise. Mann, haben die einen Verschleiß an Töpfen hier in Agrabah? Das gibt's überhaupt nicht. Und du solltest mal wieder zum Zahnarzt gehen. Da ist ein Stoppschild, natürlich mitten in der Wüste im Orient. Damals vor 1000 Jahren steht ein Stoppschild in der Wüste. Na du? Und hier haben wir auch Gästetoiletten, natürlich Zelte mit einem Männchen und einem Weibchen drauf. Doch das wär gelacht, komm vorbei, sei bereit für eine arabische Nacht. Arabische Nacht, arabische Nacht, arabische Nächte und die Tage da 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 sind wie jeder weiß, viel heißer als heiß, arabische Nacht. Doch das wär gelacht, komm vorbei. Ich hör auf damit. So, hier ist eine Mausefalle, okay, wieder die Mickey Mouse Ohren, sehr gut. Weißt du denn, ob die irgendwas gegen Mickey Mouse hatten zu der Zeit? Weil überall Mickey Mouse ja nicht in den Dreck gezogen wird, parodiert wird. Ist ja auch von Disney selbst. Und einfach immer sofort draufhämmen mit einem Messer. Äh, mit einem Messer, ja, mit einem Schwert. Mit einem Küchenmesser da. Der hat ein Küchenmesser da, so als Schweif, als Schwanz so, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr als Kind irgendwie Halbträume hattet von, keine Ahnung, einem schwarzen Mann. Was weiß ich. Äh, ich hab von diesen Kugeln hier geträumt, von diesen Felsen. Also ernsthaft, das hat mich verfolgt in meinen Träumen. Und dreh dich, dreh dich wie ein Kind. Steh auf uns, tanz mit mir. Wir sind nur zum Tanzen hier.